Care Cooperation for a better tomorrow. Okay. Mit Müll ablagern, gar kein Problem. Okay, da kommen wir hier lang. Hier ist eine Sackgasse. Ich würde mal gucken, wohin die führt. Gibt es hier was? Ja, was ist denn hier? Ah, der Baum. Was ist los? Wir müssen nichts essen. Ist gut. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Warte mal, wo kann ich denn? Mal gucken, dass wir hier mal lang gehen. Ich weiß halt nicht, ob die auch die Rennfähigkeit erlernen. Deswegen versuche ich jetzt gerade mal so. Hier ist wieder eine Falle. Drücke A, um über eine Falle zu springen. Boah, wie gemein. Oh, da ist wieder Essen. Boah. Boah, wir müssen uns später bestimmt verstecken in den Büschen. Vor den Menschen. Da würde ich verwenden. Ich würde gerne zu diesem Dachs, würde ich gerne mal. Ach, der ist hier, ne? In der Richtung, ne? Da hinten läuft er. Ich sehe ihn. Kann ich ihn angreifen? Oder auch nicht? Okay, die Nacht bricht an. Beziehungsweise, die Nacht ist vorbei. Okay, einen Dachs angreifen ist keine gute Idee. Stelle ich gerade fest. Gut. Dann schauen wir doch mal. So, zu essen haben sie noch genug. Dann gehen wir mal schlafen. So, nichts Neues gelernt, ne? Aber hier drin können wir jetzt auch nichts machen, ne? Okay. Round One Fight. Voll süß. Aber dieser Frosch. Vorsicht vor Feinden. Oh, oh. Okay. Wo geht es denn links lang? Kann ich links auch lang? Oh, eine Spur. Eine Spur von unserem... Wo führt die lang? Wieder ins Wasser? Oh, da hinten lang. Was ist das denn? Okay. Oh, die Musik ist voll schön. Okay. Oh, da. Okay, da war auf jeden Fall noch am Rücken gewesen. Die haben auf jeden Fall irgendwas damit zu tun, die Angler. Soviel steht schon mal fest. Oh, ich mag solche Spiele. Ich finde die voll schön. Ich weiß, einige können damit nichts anfangen, wegen dem Grafikstil oder so. Aber ich finde das voll schön. Okay, die haben sich auf jeden Fall gestritten, die beiden. Hier müssen wir extrem vorsichtig sein. Okay, jetzt... Hätte er ihn einfach bestohlen oder was? Ach, krass. Mal kurz gucken, ob hier Essen gibt. Hier riecht es nach Essen. Irgendwo. Da ist Essen. Zack. Komm, 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 okay. Oh, Alter. Oh, schnell weg hier. Der kommt. Aber dieses Radio hier ist halt so gut. Wir dürfen auf jeden Fall nicht gesehen werden. So. Wir haben die Hälfte der Nacht verbracht jetzt schon hier draußen. Die Hälfte der Nacht verbracht. Richtig schönes Spiel. So. Okay. Also gegen den Dachs haben wir anscheinend ja auch keine Chance, ne? Wir können ja, glaube ich... Wie süß. Ich meine süß. So. Nacht ist jetzt eh gleich vorbei, gehe ich von aus. Ich gucke nochmal. Vielleicht nochmal was zu essen finden. Das wird wahrscheinlich auch noch weitergehen, das Spiel. Ich denke nicht, dass das hier das einzigste Gebiet ist, was wir haben. Guck mal, da oben waren wir auch noch nicht gewesen. Das heißt, jetzt von hier aus gesehen nach hier oben irgendwo hin. Wo geht's denn hier oben lang? Wo ist denn das? Ach, das ist noch weiter. Ich gucke einfach mal. Hier lang. Ach doch, da war die Falle, ne? Oh, die Nacht bricht ein. Das machen wir mal morgen. Lass uns schnell nach Hause. Lass uns das... Lass uns das morgen machen. Wuhu. So. Litiritiritiritibonanza. Kinders. Kommt. Ab nach Hause, schlafen. So. So, wir liegen wieder drin Können wir uns einfach die ganze Zeit so lassen Was hat denn da für ein Schild jetzt drin? Ist irgendwas reingefallen, so mit der Pille? Hier oben das, da Okay Gut, lass mal weiter gehen Du kannst keinen Kampf gewinnen, wenn du verletzt bist Okay, also man kann Kämpfe gewinnen Okay, soviel steht schon mal fest Also kann man auch verletzt werden Gut, das haben wir ja schon rausgefunden, ganz am Anfang des Spiels Jetzt werden wir oben mal lang gehen Danke für den Follow Thank you Okay So sweet Okay, weil ich jetzt nicht wusste mit der Falle, ob man da drüber springen kann So, zack Oh, da ist ein Oh, da ist ein Brücke und, also schleichen, okay Hä, was? Hä, wo? Wo sind die? Okay Hä, wo waren die? Was machen die da? Hä, wieso kommen die nicht mit? Wieso kommen die nicht mit? Ist das zu gefährlich oder was? Okay 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 So, zack Die Kinder können da durchlaufen, gar kein Problem Muss mal schnuppern, ob ich irgendwas finde Zu essen müssen wir auch organisieren, normal Ich guck nochmal unten am Wasser Wie süß hier einfach schwimmen Was ist hier? Okay Okay, kann ich nichts machen, ne? Okay Okay You can go the way That creeks Okay Äh, Fragezeit Ach, da Da Okay, lass mal gucken Äh, warte mal Das ist, wo ist denn? Wo ist denn das da? This way? Was passiert, wenn du keine Gesundheit mehr hast? Musst du von vorne spielen? Keine Ahnung, weiß ich nicht Kann ich dir nicht sagen Slapert Da ist ein Fragezeichen Da kann ich lang gehen Warte mal Wo geht's denn da lang? Das ist direkt bei uns Warte mal Wo war'n das? Da oben Hier, ne? Okay, ich brauch' Ich brauch' Essen Unbedingt Essen Würdest du das Spürsinn Um Nahrung zu finden? Ja Äh, oh, hier Hä, wo ist der Hasen? War ernsthaft? Ich würde sagen Wir gehen morgen lang Wir schlafen noch mal eine Nacht Wahrscheinlich ist hier am Tage Viel mehr los Mit Menschen und so Deswegen würde ich jetzt sagen Die würde mal schlafen Okay Let's go sleep Schwups So Alle am schlafen Nächster Morgen Mit einer Verletzung Bist du langsamer Okay So Nacht 8 Schau'n wir mal Ich frage mich hier Was auch so ein bisschen Die Story dahinter ist Ich bin so gespannt Dass jetzt einfach nur um die Um es einfach um darum geht Ähm Das Baby zu finden Aber anscheinend steckt Da ja noch mehr hinter Weil hier irgendwie Müll abgeladen wird Wenn du der Gesundheitsbalken Null erreicht Stirbt einer ihrer Welt Ach du Heilige Das wollen wir ja nicht So warte Erstmal eine Runde So Ich hab so ein bisschen Angst Mich fortzubewegen Dass ich irgendwo reinlaufe In der Falle Und ich seh Oh Ein schön erwerbendes Lagerfeuer Wie gern würde ich jetzt Einfach da dran sitzen Okay Kann ich hier nichts machen Okay Gehen wir mal Ich guck mal eben einmal Auf der Karte Okay das ist ein Schlossfauer Okay dann können wir Oben nochmal abbiegen Kannst ja Lagerfeuerlied singen Lagerfeuerliedlied Das Lagerfeuerliedlied So hier ging es glaube ich Noch lang Oh hier Ähm Ja ich weiß Okay Nein runter Boah da oben ist noch ein Küken drin Schmeckt bestimmt auch richtig gut Ah ok Da war Essen drin Nahrung Äh Hallo So warte So warte Okay Voll schön Voll schön Oh Essen Schöne verseuchte Fisch Der ist am leuchten Wahrscheinlich ist doch hier irgendwas nicht in Ordnung Da kannst du mir doch erzählen was du willst Da stimmt doch irgendwas Vorne und hinten nicht Wenn die schon die Müll auskippen und so Wir sollten vielleicht die Welpen nicht damit füttern Das ist keine gute Idee Weil wenn Fische leuchten Fische haben nicht zu leuchten Das 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 lehrt man in der Schule Fische haben nicht zu leuchten Ok da ist ein Ausrufe Hä ein Ausrufezeichen Ok da oben war ein Ausrufezeichen Da kommen wir aber nicht lang Ok Nicht gut Nacht wird es wahrscheinlich Oh da oben läuft jemand Oder da oben ist jemand Oder Da oben Da oben steht glaube ich Da oben steht glaube ich jemand Ähm Wo geht es denn hier lang Sag mal Da liegt eine Überwachungskamera im Schnee Ja ich weiß Spiel wir müssen so langsam nach Hause Hier kommen wir auch lang Wo geht es denn da lang Achso ok Ist aber schon Ist aber schon riesig Na So für so ein kleines Indie Spiel Ah jetzt kommen wir hier wieder raus Ok dann können wir auch direkt nach Hause gehen Schlafen Und dann müssen wir mal gucken Wie wir dann Ob wir vielleicht Demnächst mal wieder eine Fährte aufnehmen können Von unserem vermissten Kleinen Racker So Ganz stolz Marschiert die Mutter da lang Aber wenn der Typ doch weiß Dass wir da drin sind Warum kommt er da nicht wieder Und versucht es nochmal Dann beißt man nicht einfach die Hand ab Gar kein Problem Also Spielende Spiel gelöst So Muss man nur finden Und seinen kleinen Ne Nutze deine Weltenfähigkeit Wann du immer kannst Sie werden dir helfen zum Überleben Ok Ok Welpenfähigkeit So jetzt würde ich einmal probieren Ähm Oh Das Schloss ist da oben aufgegangen Dann gehen wir dort auch mal gucken Ok Aber erstmal hier schnüffeln Sohnemann Ich komme So Hier die Fährte geht hier lang Oh Hörchen Na Ja Ein Freund in der Not Hallo ich hab dir geholfen Tschüss Was ist das hier alles Was was What the fuck Ist das Das Gesicht da oben Gut 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 Oh da laufen welche Die Kette ist aufgebrochen Ok Oh ist das die Drohne vom Anfang Er hat irgendeine Drohne erschossen glaube ich Da hinten laufen auch Leute Ich weiß nicht was die machen So ein Hinweis fehlt noch Ist ein bisschen so Limbo Style ne Finde ich das Spiel Oh er ist da oben rein Ins Fenster Mit seinem Riesensack Gar kein Problem Ok Oh da oben läuft er Oh der lief da oben Oh Oh Essen Müssen Essen finden Da ist Essen im Sack Aber hier Essen Ich halte das ja für sehr bedenklich Das ist keine Das ist keine gute Idee oder Äh was Drück wieder um Was Oh nein Äh Wie können die mir denn helfen Können die mir helfen Ähm Toll Jetzt sind wir auch noch in der Tüte gefangen Großartig Wie cool dieses Spiel einfach ist Wir müssen ja auch aufpassen Nesen Menschen Menschen sind immer schlecht Immer Es gibt nur schlechte Menschen Oh da Oh Hinter er Wir müssen eh gleich schlafen Oh Mist Hab ich dich So essen Und dann kommt ihr mit So komm mit Wir müssen nach Hause Shit die Tüte Wie querte ich die Tüte denn los Alter Ich frage mich echt was sie hier treiben Schnell kommt mit Wir müssen nach Hause Schlafen Ich weiß gar nicht was passiert Was passiert eigentlich Wenn ich äh Wenn ich es nicht schaffe Bis nach Hause Weil der Weg wird ja immer länger Wären die Wären die Nächte dann auch länger Für mich Und wir müssen auch mal oben lang gehen Ne So Oh oh Schlafen Ist bestimmt nicht giftig Und voller Chemikalien Ja Alter diese Tüte Bin ich die jetzt los Was war das denn Wenn du dich verlaufen hast Kannst du immer auf der Karte nachschauen Okay Nacht 10 Huch Was ist denn hier passiert Oh schnell weg Alter Nee 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 Keine Zeit Da war ein Mensch Ganz bei uns in der Nio Ja Nein Ja O Io Sie Ich Ich